Tim tüftelt schon sehr lange, wie er es selber Wellblech machen kann. Dazu hat er schon etliche Videos für unseren englischen Kanal gemacht. Da diese Teile schon sehr detailliert sind, fällt mir die technisch korrekte Übersetzung schwer. Aber diesen Film hier werde ich jetzt mal angehen. Für diese Maschine hier hat Tim die hölzernen Walzen selber gemacht. Das hat alles ewig gedauert und Tim ist an die Grenzen seiner ihm zur Verfügung stehenden Werkzeuge gestoßen, aber konnte trotzdem eine ganz erstaunlich genau funktionierende Maschine zusammenbauen. Dann hat er sie an einem Stück Metall ausprobiert und herausgefunden, dass sie die beste war, die er bisher gemacht hat. Trotzdem war er noch nicht zufrieden damit, wie die Maschine das Metall biegt. Bis zu einer Biegung einer Rolle mit 80 cm Radius ging es. Danach hat sich das Metall verzogen. Das hat etwas mit der Art Metall zu tun, die Tim verwendet. In anderen Ländern hätte er sicher Zugriff auf verschiedenes Metall, mit dem es besser klappen würde. Aber hier in Irland ist die Auswahl leider sehr begrenzt. Und wenn das Material nicht schon eine groß genüge Herausforderung darstellen würde, die Form des Wellbleches wirft weitere Schwierigkeiten auf. Wenn man das Wellblech mal von der Seite her anschaut, sieht man, dass die Hälfte der Wölbungen nach oben geht und die Hälfte nach unten. Wenn man dieses Wellblech nun biegt, müssen die Wölbungen oben sich dehnen. Die Wölbungen unten werden aber zusammengedrückt. Das Dehnen an sich ist kein großes Problem. Das Metall wird einfach dünner. Aber Metall mag es nicht, zusammengedrückt zu werden. Es wirft an unmöglichen Stellen Falten. Hier kann man das genau sehen. Auf der Außenseite ist das Metall glatt gedehnt. Auf der Innenseite ist es nicht gebogen, sondern sieht eher verknittert aus. Wie wäre es dann, wenn man einfach die unteren Wellen auslässt? Wenn das Wellblech sich also nur nach oben hin wellt? Mit dieser Idee hat Tim schon eine ganze Weile herumgespielt und sich daran versucht, genau dieses Wellblech selber zu produzieren. Dafür musste er eine besondere Walze herstellen. Und damit hat es prima geklappt, in ein Stück Metall eine nach oben gewölbte Rille zu drücken. Und den Vorgang hat er dann reproduziert, dass er daneben parallel noch eine solche Rolle drücken konnte. Dann hat er das Stück Metall biegen können. Diesmal ohne Falten. Nicht perfekt, aber ziemlich gut. Dann kam ein Punkt, an dem Tim sich fragen musste, investiere ich jetzt weiter an Zeit und Material, dass aus dieser Idee etwas Richtiges wird, oder lasse ich es so, wie es ist? Er hat dann einfach weitergemacht. Denn, wie manche von euch ja wissen, ist es gerade nicht einfach für uns seit dem Tod unseres Sohnes und da stellt so ein kompliziertes Projekt eine gute Ablenkung dar. Etwas, wo man sich nicht unbedingt fragt, was für Sinn es hat. Man macht einfach daran weiter, jeden Tag ein paar Stunden. So hat Tim seine Maschine vergrößert und aufgerüstet. Erst wollte er diese Maschine groß genug für eine halbe Bahnmetall. Dann hat er sich doch entschieden, das Gestell der Maschine so groß zu bauen, dass er mit ganzen Bahnenmetall von 1,2 Metern Breite arbeiten kann. Alle Vorrichtungen an der Maschine wurden auch vergrößert. Die Maschine ist der vorherigen ziemlich ähnlich, nur dass alles stabiler gebaut und größer ist. Mit dieser Maschine kann Tim drei Wellen auf einmal ins Metall drücken. Es ist schwierig, alle Wellen auf einmal zu machen, denn das Metall zieht sich ja bei dem Vorgang von den Seiten her zusammen. So ist es doch besser, wenn man alle Wellen in mehreren Vorgängen reindrückt. Die Wellen müssen nacheinander in einem Durchgang geformt werden. Tim weiß an diesem Punkt noch nicht, ob die Wellen groß genug sind und den richtigen Abstand haben. Aber jetzt hat Tim das Gerät so gebaut und es wäre ein Riesenaufwand, es zu verändern. Also hofft er darauf, dass es so okay ist. Dritt besch quiero. Bin. Dritt decor. Dritt decor. Dritt decor. 찾atlag. Tschiat. Und dann noch ein paar Minuten. Tim fügt dann noch zwei weitere Walzen hinzu, sodass er fünf Wellen auf einmal machen kann. Ohne seinen tollen Plasmaschneider hätte er die Einzelteile alle nicht herstellen können. Plasmaschneider sind schon toll. Tim meint, jeder sollte einen im Haus haben. Woher wir unseren haben, findet ihr in der Infobox. Tim musste feststellen, dass wenn man nur an einer Seite des Metalls Wölbungen hineindrückt, dann wölbt sich das Metall längsseitig. Das will Tim aber nicht. Metall reagiert dann doch immer anders, als man es sich vorstellt. Da schätzt man doch sehr die Erfindung der Maschinen, die normales Wellblech in total flachen Scheiben produzieren können. Also muss Tim jetzt dieses Problem angehen. Wie kann er einseitig gewelltes Wellblech herstellen, das flach aus der Maschine herauskommt? Aber was er bisher hergestellt hat, ist immerhin Wellblech. Eine besondere Sorte. Aber diese in die richtige Form zu bekommen, wird er auch noch meistern. Bleibt dran, bis zum nächsten Video. ... Vielen Dank.